Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Ricarda Lang und ein Praktikant möchten einen breiten Fluss mit starker Strömung überqueren. Der Praktikant sagt, ich habe eine Idee. Olaf Scholz unterbricht den Praktikanten und sagt, bleib auf dem Teppich kleiner. Ich bin der Bundeskanzler. Ich bringe uns rüber. Er geht in den Wald, erinnert sich nicht mehr, warum er da ist und wird nicht mehr gesehen. Der Praktikant sagt wieder, die Lösung ist ganz logisch. Diesmal wird er von Annalena Baerbock unterbrochen. Schön langsam kleiner. Ich bin die Außenmeisterin. Ich bringe uns relativ schnell rüber. Sie geht in den Wald und kommt am nächsten Tag zurück. Sie hat ein Floß gebaut und versucht, auf die andere Seite zu kommen. Und kentert. Der Praktikant versucht es erneut. Hör mir doch bitte zu. Man braucht keine Intelligenzbestie sein, um rüber zu kommen. Ricarda Lang geht dazwischen. Übernimm dich mal nicht. Ich bin die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Hier nimm die Süßigkeiten. Ich komme bald zurück. Ricarda Lang geht in den Wald und kommt nach drei Tagen zurück. Sie hat ein doppelt so großes Floß gebaut und versucht rüber zu kommen. Und kentert auch. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was mit dem Praktikanten passiert ist. Er hat eine Karte in seinem Rucksack, wo auch Brücken eingezeichnet sind. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich Bis zum nächsten Mal.